Zappos Leute, heute im Test. Kleine feine Schatzhäler. Ganz wo soll das? Fkw Keller, Bürocracker. Die Vorvariante für den Rotring. Da kann ich mich ja fast nicht aufmachen. Da sehen sie die Schatzhäler. Da für alle Red Lantern, Leute. Eieiei, eine Wandung leck ich mir mal aus. So, stellen wir mal hier das feine Tal. Leute, Schwede. Die riechen aber auch wie alt. So, noch die Uhren. Nicht, dass sie noch aus dem Spahn tun. Alter, bist du da etwas. Das spüren wir gerade noch etwas. Ja, einer geht mir. Alle guten Dinge sind rein. Ey, das ist ja richtig, das ist ja richtig. Brennflick im Beton. Bist du gelähmt. Ja, der Mr. Keller hat einmal Premium gemacht. Leider schade, dass die Zeit vorbei ist. Servus. Short-films.